Willkommen zu Teddybärwelt 2013 in Wiesbaden. Die Publikumsmesse in Deutschland für Teddybären, Bärenmacher Zubehör und alles rund um den Teddybären. Am 16. und 17. März in den Rhein-Main-Hallen Wiesbaden. Seit 1997 ist die Veranstalterin der Teddybärwelt in Wiesbaden, Frau Christine Spieß. So schön war die Teddybärwelt in Wiesbaden. Die Teddybärwelt in Wiesbaden ist die größte Publikumsmesse in Deutschland für Teddybären, Bärenmacher Zubehör und alles rund um den Teddybären. Die Teddybärwelt in Wiesbaden ist die größte Teddybärmesse in Deutschland mit den wichtigsten und meisten Teddybärfirmen. Die Teddybärwelt in Wiesbaden Die Teddybärwelt in Wiesbaden ist die größte Publikumsmesse in Deutschland mit den meisten Teddybärkünstlern aus aller Welt. Die Teddybärwelt in Wiesbaden Die Teddybärwelt in Wiesbaden ist die größte Publikumsmesse in Deutschland mit den meisten und bekanntesten Anbietern von antiken Teddybären und Steiftieren. Die Teddybärwelt in Wiesbaden Die Teddybärwelt in Wiesbaden Die Teddybärwelt in Wiesbaden Die Teddybärwelt in Wiesbaden mit sehr vielen Teddybärkursen, Vorführungen, Sonderausstellungen, Tollgrunden, Kinderspielecke und Verlosungen. Musik 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 Die Teddybärwelt in Wiesbaden Die Teddybärwelt in Wiesbaden mit den meisten und wichtigsten Händler für Bastelpackungen, Moher, Stoffe, Teddybärkleidung, Accessoires und das komplette Bärenmacherzubehör. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Die Teddybärwelt in Wiesbaden 2012 mit dem internationalen Teddybärwettbewerb TED Worldwide mit den meisten Einreichungen. Das Anmeldeformular für den TED Worldwide Wettbewerb 2013 ist zum Downloaden im Internet unter www.teddybär-welt.de. Anmeldeschluss für den Wettbewerb ist der 20. August 2012 und jede Einreichung kostet nur 20 Euro. Das Teddybär-Magazin Bärreport gibt es seit 1991. Es ist seit 1997 Exklusivpartner der Teddybärwelt in Wiesbaden. Das Anmeldeformular für die Teilnahme als Aussteller an der Teddybärwelt 2013 ist im Internet unter www.teddybär-welt.de zum Downloaden. Viel Spaß wünscht Ihnen auf der Teddybärwelt 2013 Ihr Internetsender TV Teddybär Aktuell.